Hallo und willkommen! Willkommen bei Watchmaxs Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Florian von dem YouTube-Kanal Flomp89 hat mir erlaubt, im Rahmen meiner Star-Club-Serie Material zu verwenden, was er noch gar nicht auf seinem Kanal veröffentlicht hat. Sein Video kommt in den nächsten Tagen erst, aber ich durfte jetzt schon einen Teil seiner Aufnahmen verwenden, um eine unglaublich ausgefallene Uhr vorstellen zu können. Es handelt sich um die Alexander-Shorokov-Revolution-Avantgarde. Flo, an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank. Super, dass ich deine Videos und dein Bildmaterial verwenden darf. Und nicht nur das, du hast ja sogar ein Grußwort, einen Text eingesprochen. Und den lasse ich jetzt als allererstes einfach einmal laufen. Hallo lieber Axel und hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Axel. Ich habe eine neue Uhr und die konnte ich euch einfach nicht vorenthalten. Es ist die dritte Alexander-Shorokov bei mir in der Sammlung. Nein, sogar die vierte Alexander-Shorokov bei mir in der Sammlung. Und mit Sicherheit die ausgefallenste. Ich habe mir das Modell Revolution aus der Avantgarde-Kollektion geholt. Ich habe diese Uhr gesehen auf der Messe. Ich meine, es war die Inhorgenta. Und seitdem hat sie mich nicht mehr wirklich losgelassen, da sie, wie ich finde, das Motto Art on the Wrist wirklich komplett auf den Punkt bringt. Und der Name sagt, dass Revolution auch ein bisschen revolutionär ist, was die Uhrenbranche angeht. Nämlich, dass man hier einfach gesagt hat, man macht eine Uhr, die ist im Prinzip durchsichtig. Die ist verziert mit verschiedenen Teilen innerhalb des Gehäuses und ist aber trotzdem eine wunderbar funktionierende, schöne Automatikuhr mit graviertem Rotor. All das ist natürlich was, was komplett abseits des Mainstream ist. Aber gerade das hat für mich den Reiz ausgemacht. Zusätzlich hat die Uhr eine gewisse Präsenz, allein schon durch die Größe. Ja, und sie ist bunt und musste zu mir in die Sammlung. Ich freue mich sehr, euch diese Uhr hier beim Axel zeigen zu können. Ich freue mich, dass ihr euch dieses Video anschaut. Vielen Dank, lieber Axel, dass ich die Gelegenheit bekomme, diese schöne Uhr zu präsentieren. Und jetzt gebe ich mal wieder ab an dich. Ja, ich kann dir da in allen Punkten nur zustimmen. Eine richtig, richtig präsente Uhr, eine ausgefallene Uhr, ein Gehäuse, durch das man hindurchgucken kann, in das Uhrenteile, Zahnräder und so weiter eingebaut sind. Richtig, richtig außergewöhnlich und eine unglaublich auffällige Uhr. Und mit ihrem Durchmesser von 43,5 mm, auch alles andere als eine kleine Uhr, aber dadurch, dass das Ziffernblatt relativ klein ist und der Rest durchsichtig ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie am Arm gar nicht so groß wirkt, wie die nackten Zahlen es tatsächlich ausdrücken. Hoch ist die Uhr, das habe ich nachgelesen, 11,55 mm, wobei an der Stelle muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Wer kann wirklich schon einen halben Millimeter genau messen? Aber so gibt Alexander Schurukov es an. Mit 5 Bar Wasserdichtigkeit ist die Uhr natürlich keine wirkliche Uhr zum Schwimmen und für irgendwelche härteren Einsätze. Aber so wie sie aussieht, ist sie dafür auch ganz klar nicht gemacht. Der Listenpreis mit 4.500 Euro ist natürlich auch eine Ansage. Dafür bekommt man aber wirklich ein Kunstwerk. Und ich denke, das ist auch genau der Punkt, der bei dieser Uhr im Vordergrund steht. Weniger die Uhr als Instrument zur Zeitanzeige, sondern mehr das Handwerk, das Künstlerische, das Ausgefallene und auch der Ausdruck des Künstlers und des Schaffenden, der sich in dieser Uhr widerspiegelt. Wirklich etwas ganz, ganz Ausgefallenes. Ich gratuliere dir herzlich zu dieser wunderbaren Uhr und freue mich noch einmal richtig, richtig dolle, dass ich sie auf meinem Kanal jetzt schon zeigen konnte. Der Bandanstoß, langsam Axel, der Bandanstoß ist übrigens 22 mm breit. Die Uhr ist limitiert auf lediglich 100 Stück. Umso erfreulicher, dass du davon ein Stück bekommen hast. Und als Werk verbaut ist das 2671.as. Ich bin sehr gespannt, ob du in deinem Video etwas genauer darauf eingehen kannst und sagen kannst, was denn der Ursprung ist. Weil ich davon ausgehe, dass es kein reines Manufakturwerk ist, würde mich sehr interessieren, weil Alexander Schorokow gibt ja nicht ganz genau an, wo das Werk herkommt. Ja, super, Dankeschön und jetzt wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Vergnügen mit der Uhr und allen, die bis hierhin durchgehalten haben, sich das Video angeschaut haben. Bleibt gesund, geht Corona aus dem Weg und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.